Hey Leute, ihr seid bei mir nicht gemutet. Kommentar in Folge Minecraft AdWords. Okay, baut euch in die Mitte, sofort. Ey, wie ist das Severanov nicht bei uns im Team? Severanov, du stinkst. Ja. Felix, baut in die Mitte. Hopp. Der Opfer. Der Opfer. Der Opfer. Wie die Farbe seines Traumfeinds. Hey, guck mal Felix, schreibt er ist gay. Ja, das stimmt. Das sieht man an einem Skin, Felix. Du kleiner, süßiger Knuffihasi, ne? Was, Tom? Ja, er ist ein Hase. Ich finde, das sieht aus wie so ein Hase von Michelin. Ganz ehrlich? Von Michelin, Mann. Michelin. Und Tobi, Tobi will hier wieder tun, als ob er der hartgesottene Soldat wär. Richtig. Ist aber nicht. Angeber, eben. Und Flo will so tun, als ob er... Cool wär. Five Nights at Freddy's. Das Game. So sehn ich... Ach ne, so seh ich aus. Ich hab verstanden. Ach so, okay. Oh, wir sind rot, ich wollte... Unsere Typen. Ich helf dir, Gelber. Five Nights at Freddy... Na, komm, kein Ding. Der Flo wollte... Ah, dein... Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, alter. Hacks Severanoff. Hast du den Knockback gesehen, Severanoff? Ja, ich hab mich auch gewundet. Los, guck mal, Tom on the... on the... on the way. Ja, ja, Tobi kommt nicht on the way. Tschüss Tom. Der Trick war gut, oder? Dimm, 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 dimm. Tschüss, Severanoff. Mann. Ich bin einfach in die Vorweigerung, so richtig Scheiße. Das sah einfach so toll aus. Und dann weißt du, er rennt so auf mich zu, so an mir vorbeispringen und mich dann unterschlagen und ich lauf einfach weiter. Ich hab gerade professionell in der Aufnahme gegessen. Hast du eigentlich Facecam an? Mhm. Oh, schade. Weißt du, hier lachst du einmal. Ja, das nächste Mal. Wir müssen mal, wenn's Helles aufnehmen. Also ungefähr in vier Monaten. Ja. Danke, Felix. Das ist auch gut so. Achso, mit der Dings, mit der Facecam. Aua, ich wurde von hinten gef... Sag mal, Tobi, jetzt muss der Tom das rauspiepen. Ach, Matsch. Jeder weiß, dass wir keinen jugendfreien Inhalt haben. Äh, weißt du, ich das erlauben, ich... Wow, da kommt ne gelbe Beute, Hilfe. Was meinst du, warum ich zurückgerannt bin? Aber weißt du... Uh, die verfolgen mich. Ich lass den Blauen einfach in Ruhe und der kickt mich runter. Ey, der verfolgt mich eigentlich, Alter. Flo. Ja, Flo, ich helf dir. Lass ihn doch. Loll, das flex. Renn doch einfach weg, Flo. Renn doch einfach weg. Renn nach hinten. Hier, Fabin. Alles easy. Alles easy. Oh, stimmt. Jetzt weiß ich, was ich vergessen hatte. Essen. Hast du gesehen, Flo? Da ist ein Blauer. Bei mir ist jetzt grad voll schwindelig. Hat jemand Gold für mich nen Bogen? Äh, für dich nicht. Ey, Felix, gib dir sofort deinen Bogen. Kill, Will, Will. Kill, Will, Will. Hä, lol, der aufmerksam hat D. Lol, der ist uns auch nachgejoint. Hex. 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 Der hat mich getötet. Er ist uns nachgejoint, Hex. 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 Alter, ich brauch noch ein Gold. Felix, hast du noch ein Gold? Ah. Lol. Ich wurde einfach durchgebustet. Du darfst nicht, Luke. Leider. Der ist ein Abonnent, der uns gerade in einer Runde enttankt hat. Hat jemand noch ein Gold? Ein Gold? Ein Gold? Kann sprechen, Digga. Felix, ich spreche. Oh, da kommt ein Gelber zu uns, ne? Wollte ich nur mal so auf euch, äh, wollte ich nur mal so sagen. Aber ich habe ihn jetzt mit der Faust gefistet. Nun. East getwreckt. Hier, dich. Oh, ne. Der, ach, Rot ist ja bei uns. Oh, ja. Oh, Alter. Hier ist grad die Riesenversammlung. Ich lese so 10.000 private Nachrichten, als ob wir ungespielt werden, ey. Typ, komm, ich hab ein Bild gewinnt. Sind wir doch, Alter. Hä, wer hat das denn geschrieben? Dieser Luther. Wer hat das geschrieben? Aua. Aua, der Luther. Äh, schreib ihm mal bitte, er soll anfangen annehmen. Ich will ihm auch gerne eine schicken. Bin grad nicht so in Chatlaune, vielleicht nachher. Schreib das jetzt, du Arschloch. Und dann schreib ich, dann schreib, dann schreib ich ihm, der soll dir anschicken. Alter, kann der mal, ich hab ihn einfach in deinen Schuss geschlagen, ne. Das ist ganz schön, East getwreckt. Hier, Bogen, äh, Gold. Ich habe übrigens ne Team-Chester, äh, Team-Chester, ne Team-Chester schon da geplant, ne. Ja, ja, ja. In die der Felix bestimmt was Gutes reingelegt hat. Danke, Felix. Denn nett, dass du mir die ganzen Sachen schenkst. Der Cyber-Ton ist interessiert. Der Cyber-Ton ist interessiert, musst du schreiben. Volles Equip einfach down, weil irgend so ein Penner nicht... Der Aufmerksamer, der hat ein gutes Team. Welches Team? Ne, der ist bei uns, Felix. Lass ihn. Geh, 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 Flo. Woah, Alter, mich hat einer von hinten reingeboostet, so ein Wichser. Alter, wie gesagt, äh, blauerten Bogen, pass auf, Felix. Boah, ich mag den auch nicht. Ich mag dich auch nicht, besonders, weil da nur Idioten drauf spielen. So wie früher. Richtig. Oh, Felix ist gegen einen Null-Equipten gestorben. Das ist ganz klar. Ich kümmere mich jetzt ums Bett einbauen, weil nach ein paar Versuchen hatte ich... Ja, du baust deine Kiste einfach hin. Hier. Hi. Nein, ich mach das ordentlich. Ja, aber du machst über die Leiter dann eine Kiste. Ja, mach ich auch. Na, Ender Chess, das ist doch ledig. Nein, Felix, ich mach Bett! Ich mach Bett! Nein, Torben, du musst für die Aufnahme irgendwas cooles machen. Ja, richtig. Man muss auch mal ein Bett einbauen. Oh, dann guckt wer. Man muss auch mal ein paar innenarchitektonische, äh, ja. 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 Ein paar innenarchitektonische? Innenarchitektonische. Eich... Wann haben wir Erdkunde? Oh, Torben, wir haben morgen Erdkunde. Weißt du, was das bedeutet? Ja, richtig. Ja, ich hab das ganz alleine gemacht, du Buch und so. Morgen krank sein bedeutet das. Ähm, ja, nimmst du das auch nochmal auf den Stick mit, falls ich rein zufällig krank bin? Äh, kann sein, dass die nicht funktionieren, weil damit funktionieren die auch nicht. Hey, ich muss leften, hab Stabbild. Ne, wechsel nicht. Obwohl du Stabbild hast. Wer? Er hat einfach Stabbild. Oh, guck mal, da ist einer, Autobahn. Was? Nein. Er ist Autobahn, dreimal die Eins. Alter, diese Mann, oh du willst... Autobahn hat mich getötet. Ja, das ist echt bitter mit den Namen. Manu, Manuel Neuer ist übrigens auch im Spiel. Wieso schießt der blaue? Der Manuel hat eh... Gelb mit. Ey, Leute, ich brauch drei Gold. Ich brauch drei Gold. Oh, Humako. Geil, Alter, dich kenn ich. Nicht akzept ich, Humako. Oh. Ich hab abgelehnt. Ey, Tom, ich brauch ein Gold noch. Schreib mir, Leute, er soll nochmal machen. Das tut mir, nein, ich wollte dich ablehnen. Tom, bitte schreib ihm das. Okay. MSG Humako. Oh, ne, nicht Humaklo. Ich denk nicht lustig. Ja, ich weiß, dass du nicht lustig bist. Tobi. Oh, Humaklo mach äh... Friend accept. Boah, ich bin jetzt mit dem betreut. Du glaubst nicht, wie auf dich das schon gehört hab. Deine Mutter hat das auch schon ganz schön aufgehört. Du brauchst gar nicht lachen. Nein, Felix, du hast es mit normalen Blöcken eingebaut. Mann, wie kann man sich unterstrich unterstrich Maxi nennen? Ich hätte mir alle Zeit der Welt genommen, um das schön mit Endstone einzubauen, ne? Und du, du zerstörst meine Träume. Alter, ich muss hier irgendeinen muten. Da redet die ganze Zeit so ein kleines Kind im Hintergrund. Ich glaub, dass Felix... Das ist Severano. Oh, noch schlimmer. Severano, ich hätte dich nie für so ein kleines Kind gehalten. Mann, jetzt... Weißt du, ich renne zu gelb, wer hat von blau runtergeschossen. Jetzt renne ich zu blau, wer hat von gelb runtergeschossen. Was da los, Alter? Diese Typen, die das einfach immer machen, ne? Das sind seine Türken-Cousins. Cousins werden immer anders geschrieben, Felix. Auch wenn du Österreicher bist, die haben keine andere Rechtschreibung. Alter Felix, dafür... Du machst gerade alles wieder gut, ohne Witz. Nein, jetzt wirklich. Der baut die ganzen normalen Blöcke ab. Und ich interessiere den Älster. Hä, was denn? Ich liebe diesen Spielmodi einfach. Ey, der Spielmodi ist der genialste auf der ganzen Welt. Das heißt aber Spielmodus. Ja, ich liebe diese Spielmodi, meinte ich. Modi ist Plural und ich krieg den Anfall, wenn einer Modi eine Einzahl benutzt. Nein, ich hab letztes... Nein, ich... Das kann nicht mehr so gut merken, weil ich hab letztes Kommentar gelesen, wo er genau das geschrieben hat. Also nicht bei uns, sondern bei jedem anderen. Ich krieg die Krise, wenn jemand Modi eine Einzahl benutzt. Einzahl oder Sing... Einzahl? Man sagt da bitte Singular. Singular. Vielleicht bist du gar nicht mal neuer, sondern Farid. Ja, schön. Dann bist du halt Farid. Das interessiert keinen. Hashtag... Obwohl Farid nicht so weiblich klingt wie dein Name. Ja, ist so. Lass mal hier schreiben. Hier. Wir sind jetzt voll die Gangster. Nicht lustig. So, ich mach jetzt den Versuch zu grünen... Wir machen den so richtig nieder, ey. Unlustig. Wir alle jetzt einfach... Weißt du, gerade... Gerade schreibt nur er, Hashtag nicht lustig. Und jetzt auf einmal alle... Unlustig, unlustig, unlustig. Jetzt sind wir aufmerksam, wie ja! Ich glaub, da kommt welche zu uns, ne? Ja, so. Boah! Was macht der da? Der baut hier überall auf unserem Weg Blöcke jetzt. Ja, Hobi, los, Alter! Ich hab Hashtag CopNunity. Schau dir das an. Ja, ist doch. Tobi, schau dir unseren Weg an. Ich war jetzt ein bisschen, äh, unklug tatsächlich. Was der hier gemacht hat. Einfach mal Werbung machen. Hör auf mit Slash Vessel. Mann, Alter, ich liebe diesen Spielmodell. Ich hab einfach voll coole Leute. Ich, ich, ich find das, ich find das immer, ähm... Cool, wenn Leute Hashtag CopNunity schreiben. Nein! Ich hab letztens, als ich einfach in der Runde war, haben das welche gemacht. Ja, guck mal, ich schreib erst schick, unlustig. Ich mein nicht lustig, sondern unlustig. Revolution. Humark hat's mir jetzt sogar per, ähm... Okay, jetzt reicht's. Severanov. Severanov, du wirst hiermit aus der CopNunity verstoßen. Wenn man's nicht mal richtig schreiben kann. Nein, Severanov, der Tobi macht nur Spaß. Nein, macht er nicht. Ich will nehmen sogar Leute mit angeborener Rechtschreibschwäche auf. Ey, aber Tom, Tom, Tom. Der ist, der ist dort, oder? Hallo? Äh, Felix macht immer komische Kloster unter Tee an. Das zerstört mein ganzes Bauprinzip. Wann? Mann, was ist los heute, ey? Okay, MobUnity, haha. Ja, der kennt mich nicht. Okay, jetzt reicht's. Ähm, hier, ADF. Blau Rush, komm. Okay. Okay, sprich, guck. Äh, wups, in zwei Tage... Ich mach jetzt Werbung. Sehr aufmerksam, ey! Du brauchst keine Werbung für uns zu machen. Das haben wir nicht nötig. Noch haben wir. Nein, Spaß. Okay, guck, in zwei Tage kommt's ja, Pepe. Digga. Digga. Okay, das fehlt noch. Digga, digga, äh, digga. Oh, was macht der Penna? Flory, Penna benutzt man hier nicht. Wir sind hier in einer kultivierten Welt. Nein. Na gut, mit Ausnahme von dir. Stimmt, wir haben sie aber noch. Ey, Felix, du mieses kleine Stück! Aua. Apfel. Apfel. Mann, was ist heute los mit uns? Ja, ich rush jetzt mit nem roten... Aber, aber ich... Och, ich wollt grad sagen, das ist was Besonderes, dass ich mit nem roten Blau rushet und dann hab ich bemerkt, dass... Mann, Alter! Felix, wie soll ich denn hier je wieder rauskommen? Ich hab noch nicht meine Spitze dabei! Ich hab noch nicht meine Spitze dabei! Loll! Sind wir zu grünen? Nein. Nein! Nein, Felix, was tust du? Loll, da ist einer Unequivt und hatte nen Eisenschwert, den hab ich erst mal gekillt. Gegillt? Geh kurz runter, okay? Hast du ihn so richtig gegillt? Danke. Hast du ihn richtig gegrillt? Ja, gegrillt. Digga. Ey, guck mal, ich baue hier einen schönen Tour. Digga. Digga. Ey, guck mal, dieser Aufmerksame braucht nur Aufmerksamkeit, ne? Nein! Felix hat alles zerstört! Jetzt hat er die Enderkiste dahin gesetzt. Yay! Ab zu Blau wieder! Mann, Alter, das geht gar nicht. Kaum sind wir wieder... Dabei ist alles so richtig behindert. Aber lustig. Ja, das stimmt. Das geht über alles. Mann, Felix, bitte lass mich irgendwas zu Ende machen! Deutschland, Deutschland! Pass auf! Au! Okay. Wir nehmen diese Dinger hier wieder weg. Ich weiß, dass hier nur übergangsweise da war. Jetzt so oft, ey! Und wir bauen das bitte nicht ganz nach oben, weil... Ey, du hast mich einfach wieder runter gebaut! Alter, was bauen Elf denn das? Weil wenn wir das... Felix, sag mal kurz zu, das war auch mein Fehler, den ich mal gemacht habe. Weil wenn man... Ach, du willst Kisten dahin setzen, du bist klug! Nein, das ist halt... Ähm... Torben, darüber lässt sich streiten. Felix ist ein feminines Wesen, was einfach nur Aufmerksamkeit braucht. Richtig, Felix! Hey Felix, guck! Wenn wir das ganz nach oben bauen, dann sehen wir nicht, ob da oben jemand unsere Kiste kaputt macht. Und das wäre ein Problem. Flo! Flo! Moment, ich finde den anderen Weg, wie ich da hinkomme. Genau so! Ey Leute, ich fordere euch jetzt auf, diesen Smiley im Chat nachzumachen. Was machst du denn jetzt? Hier ist ein Gelber! Ja, ja, dann tötet den mal. Nein, wir haben keine Sachen! Loh, er rennt einfach wieder weg! Hä? Alter, ich fordere euch auf, diesen Smiley im Chat zu machen. Ey Tobi, wir brauchen eigentlich... Der kommt wieder! Torben, der Angie Merkel Smiley war meine Erfindung. Ja, tötet ihr denn da? Wir haben ein Problem! Nein! Der hat vollste Kripp und alle Schwer! Ach, ist egal, ihr schafft das. Ich zerstöre in der Zeit ein anderes Bett. So doof, Tobi, wir brauchen Blöcke! Ah ne, der ist wieder hier draußen, weil er gemerkt hat, dass... Ich hol ein Schwert! Jooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Team Mannschaft, das macht keinen Sinn. Team läuft doof! Wreckt! 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 Manuel Neuer! nicht auch wenn man ja nur ein neuer er ist aber auch ganz so mal sagen dass sie mich nicht töten soll ich will mal beobachten was ihr da baut und dann nur ein klick Tobi wir wissen dass du kommst hey wie ich komme dass du kommst du kommst er kommt und ich heiße auch nicht so ich nehme mich noch einmal so und ich fick deine mutter hast du das nicht schon EZ getwrackt Manuel stech in den Fussballen hey von oben das bin ich nicht das ist der Torben und der kann nichts also braucht ihr von dem nicht zu befinden OOOH! 2 Rüge! Mit Freunden mit Grim! LOL! LOL! Ja tötet ihr die mal? Alarmanlage Quote Ja guck mal der Aufmerksam ist so richtig schlecht Wir schlagen den grad raus NEIN! Dörde! Da baut ich Bett ab! Äh ja schafft ihr das mal? NEIN! Echt muss ich jetzt runterkommen Ich hab mich da in den Weg gestellt so dass der unterbrochen muss Aua NEIN! Das müssen wir immer wieder machen immer in den Weg stellen Ok ich hab ihn rausgebroxt War doch gut von mir ne? Schau War super Er will uns zubauen er will uns zubauen Keiner aus unserem Team Equip hat Er will noch viel mehr aber das Leben ist kein Ponyhof Äh baut ihm ab! NEIN! NEIN! Da kommt so rot da der hat die Ach ne der ist von uns Ah! Mann! Da ist er down! Da ist er down! Ähm Leute lasst mal wieder die Blöcke abbauen mit dem man hier viel leichter hochkommt Ey weg Leute die ganzen Sachen aus der Enderchess Was baut Grün denn da hoch? Haben wir denn der Enderchess in der Mitte? Das wär ganz schön dämlich Äh Leute grün hat sich außer rum zu uns gebaut Wir sind solche Idioten wir können zu grün Wir haben nen Weg zu grün Leute Okay let's go! Leute zu grün Guter haben auf einmal rumschreit alter Wir haben nen Weg zu grün Manuel Neuer Kommt zu grün Hey ach da haben wir nen Weg Ne 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 ich geh Du kleines Bayern-Schwein Ich geh zu einem gewissen Herr Severanov Wir haben da irgendwas kommen Weißt du weil ein paar Grüne sind da oben auf solchen Tag Was machen die denn da? Und ein Grüne ist offline gerade Boah! Das war richtig schlecht Flo bitte komm wieder mit Blöcken Ich kann sonst hier nicht hehen Passt auf von oben Ja Severanov schreibst im Allgemeinen Chat Severanov Weil du ein bisschen nett bist Und weil du 4x in deinem Namen hast Denkst du das jetzt die Erlaubnis den Allgemeinen Chat hier zu verwenden? Leute Ja okay ich helfe euch bei Grün Der Grüne von oben schießt auf den Milch aber Herr trifft mich nicht Ja schon ich bin bei dir Ich renne die ganze Zeit einfach nur richtig dumm hin und her Nein er hat mich getroffen Oh Hörst du nicht mehr lustig Er hat meinen hoch komplexen Laufweg ausgerechnet Ich geh mir das so vor Alter du berechnest er einfach so mit PQ-Formeln oder all dem ganzen Gefühl Wo genau du lang laufen wirst Vor allem weil ich mich immer wieder umgedreht hab und wieder in die andere Richtung gegangen bin So wir steigen übrigens nicht auf den Spitzak rum Das können wir eigentlich nicht dulden ne Weil ich mag keine Veränderungen Ey da rennt einer zu uns Veränderungen sind abgehobene Youtuber Ja von mir Ja von mir Von mir Ja ich komm jetzt auch Ich geh jetzt einfach in die Mitte des Komma Ähm Und Attacke Gelb Weil Gelb einfach schul ist Nein Bessere Spitzhacken Oh Mann Ach ok Auf dieser Map kaufe ich mir ne Eisenspitzhacke Einfach Jodo Swag Weil wegen der Enderkiste Hä Hä Sind da Hast du Ja die werden Wahrscheinlich auch ne Enderkiste haben Ey Leute da kommt Alter wer hat mich jetzt Äh Leute da kommt ein Blauer ne Der ist jetzt wieder in der Base Äh Scheiße nein Die Eisenspitzhacke Ich hab ihn Jo Tobi Hä was Wieso hast du mich gekillt Hier war noch Nur weil du stinkst und 4XM Namen hast Hast du nur lange nicht die Berechtigung um mich zu kill Flo jetzt komm mit wir machen jetzt Team Grün put Das Team Grün Fuck Team Grün ist kaputt Alter wie blau mich abfacken Wir sind so inkompetent Team Grün war kaputt Ah Ja dann lass mal auf Team Blau die nerven Ich seh's schon wieder in den Kommentaren Team Grün ist schon lange kaputt Ihr seid dumm Ja Freu dich jetzt darf Jetzt schreiben dass sie war noch ein Felix garantiert Alter guck mal wie blöd es ist Guck mal es ist seine Frau Oh Oh sie macht wo Spam Ich bin tot Ich stand da erstmal so richtig lange Hä Was ist jetzt Ey guck mal es kommt Es hält sich jetzt für cool Hi Hi Darf wir jetzt tot boxen? Nein ich will Alter Wie ist Boss Band? Alter wir dürfen das nicht essen denn sonst sind wir äh Äh Ja aber was denn er hat doch geschrieben Eberus Alter Fluck bist du so schlecht oder tust du nur so Hey ich treff den doch die ganze Zeit Ich hab ihn getötet Ich 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 Äh Ist der tot? Ich hab ihn getötet ja Komm mal mit Tor Bau mal hier den unteren ab Mit dem Bogen alter Okay Damit wir hier durchkommen Oh go Bau du den da drüber nochmal ab Dann können wir ne schöne Ey guck mal wir haben nen Hacker als Team Kameraden Ja Ich 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 mit Severanov hatte letztens einen So nen Weihnachtsmann der war der hatte Flyhead Was ehrlich? Ja der wurde runter geschossen und ist wieder hochgeflogen Hehehe Hehehe So ein hatten wir In so ein hatten wir glaube ich war in der allerersten Runde Badmoss die wir gespielt haben Ne Tobi? Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern Ich glaub schon Oh Leute wieso bauen die denn hier Traps? Das frage ich mich auch und wieso habe ich keine Spitzsacke dabei? Das ist die nächste Frage Oh man ich vergesst das Hast du Blöcke dann lass die einbauen Äh ne ich gönn mir eben eine Spitzsacke ich kann auch die checken jetzt gar nicht Ja doch ich jetzt haben sie dich Ey wo seid ihr? Ich bau da mal kurz ab ne ist okay für dich ne? Ey bei wem seid ihr leute? Ne bei Blau waren wir Die hat's erst Hallo ich hatte alle Zeit Ich hätte noch 10 Jahre bei den Villager stehen bleiben können Die hat's einfach Schlimm war das einfach Die hat das einfach nicht gejuckt Guck mal er schreibt Hacker Ich bin Hacker Äh Hacker Hacker Ja guck mal er schreibt sogar schon HG Minecraft Ich bin Hacker weil Ich äh halte mehr Schläge aus als alle anderen zusammen Aua Glaubt Severanov hat mich wieder Kannst den Blockgast nicht zerstören Kannst den Blockgast wohl nicht zerstören Ja In der Tat In der Tat Alter was hast du gegen Inder Nein In der Tat Ähm Alpecin schlub schlub Ja In der Tat Stärkt dies die Haarwurzelmuskulatur Die Haarwurzelmuskulatur Die Haarwurzelmuskulatur Ja genau Ja Mann Gott Alter wie lange geht diese schwule Runde schon Die Haarwurzelmuskulatur Ja ne Aber diesmal haben wir Oh Leute Er wollte mich boxen aber er war zu dumm Boah komm ich muss ihm ne Kombo geben Boah ich hab einen mit Meisenschwerter auch Ja ist doch Hagi Wie kannst du Hagi töten? Oh ich vergesse wieder das Nein Äh Gelb ist oben auf unserem Weg Äh Gelb ist oben auf unserem Weg Bist du da noch am Leben? Oh Fuck Ja komm Bitte bitte Überleb Überleb Brenn zur Noto weg Nein bitte bitte Flo Bitte komm bitte Was bitte Flo Nein Shit Mann Äh ja Tom Dann komm mal bitte den Weg hoch Weil der Gelbe da ärgert mich Nein Du kommst jetzt den Weg hoch Da ist ein Gelber direkt Wir kriegen aber blau Wenn ich jetzt da hingerendert Ist mir egal Aua Dann haben wir ein Bett weniger Ok sehr schön Ja schön jetzt lass das Bett in Ruhe Wir probieren die da oben Dann haben wir einen Bogen Was zur Hölle habt ihr hier gebaut? Äh das war ich What the fuck ich wüsste davon nichts Oh Kickstar ist das Tun wir jetzt ein paar Items Hat der einen Bogen? Ja der hat einen Bogen Wer hat einen Bogen? Felix Der da oben ja Oh Schön das zu wissen Ja dann bin ich einfach mal tot Ok wir haben jetzt nur noch selber Randhofter Oh fuck der Blaue Es lebt ein Blauer Ist der bei uns? Aber nimm mich noch nack So Ok Ja hieß es Lol da oben ist ein Gelber bei uns Oh Alter GG Oh ey Irgendwann muss ich nochmal schlagen Lol ich hab Zeit Ich hab einfach keine Lederrüstung Bin ich so scheiße Ok Tobi du machst den Ich geh in der Mitte zu denen Und dann rauch ich dir im Bett Komm Flo Nein ich hole mir Lederrüstung Oh nein Oh Mann das ist so gemein Lass uns mal rausmoven bitte Wen denn Nein lass uns mal rein Sohn Erzverdienter drin zu bleiben Ja weil Komm her sagt sogar nein Oh der gelbe kommt Oh der gelbe kommt Der gelbe ist bei uns Wenn nicht unsere Taktik verraten Hallo der gelbe ist bei uns Der gelbe ist bei uns Den hoch zum Bett Das kriegst ja hin Neh Tobi grüßt ja hin Ja ja ich vorhin Ich hab ihn neu kaputt gemacht Nicht so ein bisschen genau Ja mal Er sollte seine Wiese Trifel vom Bett lassen Ich glaub Ich glaub Schreibt das Video bitte Und schreibt bitte die Kommentare Tobi ist schlau Wir machen jetzt ein neues Format Das nennt sich Tobi klärt auf Ne das nennt sich Wir müssen davon richtig coolen Also aufgeklärt ist ja langweilig Wir müssen irgendein Wortspieler mit reinbringen Aufklären Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui was ist los diese runde diese ordnung gefällt mir jetzt schon nicht dass meine spitzhackte letzte platz auf mal zwei gelbe sind oben das bin ich ich habe einen gelben getötet dann haue ich dich ich komme auch hinter die hauenbogen übrigens wir kommen alle von oben ich bin tot er hat den besten bogen er ist und nicht unser team ne da war ich im rahmen das war agent s agent unterstrich als vorm a tor wie kannst du seinen namen nur so missbrauchen der felix hat auch den anderen eingebaut ich glaube der ist auf kaffee oh mein gott toby naja ich habe ihn dem tod noch runtergeschlossen du opfer ey felix guck mal ich glaube gar nicht nur mit dem spinnen wem eingebaut hast ich glaube hier ich glaube hier hat den den echten aus dem schädel den übernommen weil ich weiß gar nicht wo wir herkommen warum weißt du das nicht bitte informier dich besser sollte wieder aufklären ich hab mal was ist das denn für eine frage ich hab gefragt ob der afk ist und der schreibt einfach weiß nicht ja er weiß nicht was das bedeutet also felix und für alle die jetzt nicht wissen afk bedeutet away from keyboard und das war eine weitere folge von toby klärt auf nein away from keyboard bedeutet im deutschen ungefähr weg von der tastatur weg von der tastatur also liebe leute wenn ihr zukünftig das wort afk benutzen wollt schreibt es entweder aus als away from keyboard oder benutzt bitte w laures als würdig also entweder oder leute ne書 mal okay felix das reicht gemini ist offiziell auf die Cold verdad die verstoßen wir haben doch jetzt geschrieben hat, der das böse Wort mit F gesagt, dass der Flo noch nicht wissen darf, da er minderjährig ist. Achso, aber du nicht. Pass auf, jetzt steht in den Kommentaren, du bist auch noch minderjährig, halt's Maul, du Arschloch. Hurensohn, Wichser, Arschloch. Ich rede jetzt auch nicht mehr mit dir, weil du hast meinen Namen missbraucht. Ja, aber da hast du schon wieder meinen Namen verbraucht, nicht verbraucht. Der K-Typ kann hier die ganze Zeit Eisen machen. Lass ihn mal anzünden, bitte. Ja, ja, bitte. Wie viel Eisen hast du? Ja, dann kauf dir Feuerzeug. Ja, dann kauf dir Feuerzeug, Bro. Bro, was los, Digga? Lahn, ich schwör, ich mach dich kranker. Ja, warte, lass ihn einfach brennen. Lass ihn brennen. Nein, er hat wahrscheinlich richtig viel Gold, ey. Also Leute, bei uns ist fast einer bei Gelb, die kommen alle aus der Mitte. Ne, Severanov? Also, die kommen garantiert nicht von oben. Die kommen alle aus der Mitte. Ja, ja, das ist natürlich klar. Tobi, wie willst du da hinten überhaupt runterkommen? Äh, die haben da Leitern gebaut, weil die nicht so dumm sind. Nicht, dass du gerade oben bist, ne, aber... Ja, ich hab eh nur lecker. Ey, ich hab volles Equipment, der waren am besten Bogen. Ja, jetzt, jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du oben bist, ne. Was natürlich nicht gerade der Fall ist. Könnte das auch sein. Richtig, das wäre ein absoluter Zufall. Da wäre auch Severanov da, um Tobi zu töten. Richtig. Ich habe Janni Gaming HD auch nicht gerade auf dem Weg zu eurem Bett zerstört. Äh, also, auf dem Weg zu eurer Base, kaputt gemacht. Und, äh, ich werd jetzt... Du brauchst dir keine Sorgen machen, Severanov. Ich werd jetzt auch nicht mit vollem Equipment zu eurer Base über den Hochsteak kommen. Auf die Idee würde ich auch niemals kommen. Flo, wartest du bitte auf mich? Felix, gib mir deine Items. Ich bin hinter dir, Flo. Haha, nein, mach nicht. Ich bin hinter dir oben auf dem Weg, Flo. Ah, gut. Du bist toll, ne? Warum sind eigentlich so viele Rote in eurer Base? Nein, Felix, warum rennst du jetzt runter? Warum? Guck mal, ich kann auch noch einen Snacken. Ich kann ja auch einen Snacken. Warum sind so viele Rote in deren Base? Ich weiß nicht, wir feiern so ein bisschen. Oh, fuck! Der Manuel Neuer, Digga! Scheiße, Manuel Neuer killed mich sogar. Ich hab Stärke. Ja, ja, yous get wrecked, ne? Oh nein, Balls beim ADLP. Also Manuel Neuer. Nein! Schmitzi! Du kleiner Bossbämmer. Du hast mich mit dem besten Wogen. Mit den Künzen in jeden Moment tot. Ja, Flo, dann bau die ein. Ich bin auch tot. Fast tot. Mann, Flo, du bist das schlechteste Baby. Ja, renn weg, renn weg. Du hast gute Situation, Renner. Ich hab mich runtergebrochen, diese... Witzzühner. Das war übrigens der Urschrei. Ne, nicht zu verwechseln. Ne, nicht zu verwechseln. Du Urknattern. Der kam... Der kam aus meinem Arsch. Der kann mein Urknattern. Alter, sorry, dass wir das Urknattern haben. Hi, Severano, Bo Spam, HDLP. Guck mal, Bo Spam. Bo Spam. Mann, ey, da sind alle Equipten weg, Leute. Ja, Severano, fast gesehen, du bist einfach scheiße. Du kannst nicht mal meinen Bo Spam entgehen. Severano bist einfach tot. Severano bist so ein Noob. Ja, ist untergefallen. Der war so ein... Alter, rennt da hin. Da sind alle Equipten tot. Weißt du, dass 10.000 in eurer Base sind, Severanoff. Das weißt du, ne? Ich hab alle Equipten geküllt. Weißt du, dass... Ja, komm, komm. Nochmal, ich hab die eingebaut. Ich hab die eingebaut. Wir müssen nochmal... Ey, Felix, was ist denn ein Seele-Elefant? Ey, Tobi. Was ist ein Seele-Elefant? Tobi, ich will jetzt gar... Alter, Leute, wo seid ihr? Tobi, 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 ich nehm mir jetzt ganz, ganz schlechte Blöcke zum Einbauen mit, ne? Damit die sich direkt wieder rausbauen können. Hä? Ja, ich nehm mir jetzt ganz, ganz schlechte Blöcke mit, damit die sich direkt wieder rausbauen können. Ne, ne, wenn da zwei drin sind, können die sich ja nicht mehr ausbauen. Das ist super trick. Aber, wenn da einer drin ist und wir länger brauchen für den ersten, dann ist das schon... Ja, wir müssen alle killen. Wir müssen alle auf einmal gehen. Alle auf einmal. Oh. Ja, okay, dann let's go. Ne, Torben, warte, wir müssen uns noch Equipten. Ne, hier wird sich nicht, ihr Quip, mein Freund. Da kommen übrigens zwei Gelbe. Einer von denen ist Severanov, also kein Ding. Ne, Severanov, Severanov geht in die Mitte. Leider habe ich meine vier Blöcke zum Einbauen verloren. Warum nimm ich eigentlich nur vier mit? Ey, Leute, wir treffen uns in der Mitte und gehen dann alle gemeinsam. Ja, gut, dass ich gerade gestorben bin. Florido geht oben lang und hältst da alle auf. Jo, mach ich auf. Ich hab ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Die können wir gar nicht. Ich hab ein Schwert in Nacht. Ich, 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 ich... Tobi nicht, ich komme, ich komme, überlebt. Ich überlebe noch. Ja! Ey, rennt mich auch mal nicht gut! Soll ich mich auch fahren? Jump! Das war übrigens... Das war... Das, was Torben macht, ist die Sprache Hamburgs. Ja, und ein arcanisches Gewicht! Oh, das ist scheiße! Der Restkönig der Löwen hat mit Arabien zu tun! Boah, nein, das tut mir leid. Oh, Leute, jetzt haben wir halt nur wieder Werbung gemacht. War da wieder einer Dogen, oder wie schaut's aus? Guck mal, er hat den Block gesetzt und ich habe ihn direkt im gleichen Moment abgelockt. Leck, 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 leck. Ähm, Moment, ähm, heil. Alter, der Schmitty ist ein richtiger Ballspammer. Ja, Tom, was macht nun jetzt da? Ja, das weiß ich nicht, weil ich besitze nicht so was wie ein tolles Schwert. Sollt ihr mich mal aufklären? Tötet die, tötet die, tötet die, bitte, 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 tötet die, bitte, 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 ich bin tot. Ach, weißt du was? Ja, ja, warum sollen wir den dann noch töten? Ich, ich hör jetzt auf auf zu spielen. Haha, selber ran auf, du hast wieder einen neuen Skin. Wie oft änderst du deinen Skin, Digger? Ja. Er verliert an dauernd Wenden, der macht sich immer hässlichere Skins. Aber der sieht, finde ich, gar nicht mal so schlecht aus. Der rennt übrigens zu uns, aber der kommt da eh nie im Leben durch. Ja, das ist ja kein Ding. Alter, du bist, Severanoff, du willst du nicht kippt? Ich stehe auch nicht AFK rum. Also Severanoff, weißt du was für ein Problem du noch hast? Dass er Severanoff heißt? Ja, Severanoff, Severanoff. Ein, naja, sagen wir mal ein Bett, das ich eingebaut zu habe. Hast du mich gerade Lappen genannt? Hast du dieses böse Wort benutzt? Ich? Nee. Da kommen übrigens ganz viele Gelbe, ne? Ja, ja. Bis gleich. Bis gleich, Felix. Der hat gleich gesagt, Alter. Hör doch zu, du Lappen. Du, hallo? Kauf dir ein Kind. Er hat zu seiner Mami gesagt, bis gleich. Der hat gleich gesagt. Mit seinem österreichischen Akzent. Du fettert immer Brustbremmer. Bin kurz, aber... Nee, Felix, du hast das F falsch geschrieben. Felix, du musst nochmal den Aufklärungskurs machen. Eine weitere Folge Aufklärung für Felix. Nein, wir erklären nicht wieder das Gleiche. Wenn, dann erklären wir was anderes. Also. Ich glaube, ich mach mal ein bisschen Werbung. Heuschrecken springen. Warum hat Felix den Namen Kexler? Also, es gibt da eine Person auf YouTube, die nennt sich Kexler. Nein, der nennt sich Kexler. Kexler. Kexler, das ist ein... Also, man steckt den Penis bitte nicht in seinen eigenen Mund. Was? Ey, das können aber irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Menschen können das? Fünf Prozent? Keine Ahnung. Ja, fünf Prozent der Menschen können sich selbst befrieden, indem sie sich den eigenen Penis in den Mund stopfen. Schlangenmensch. Ja, entweder sind sie sehr gelenkig, äh... Schlangenmensch. Oder sie haben sich ein paar Rippen rausoperieren lassen. Ja. Oder halt Schlangenmensch. Schlangenmensch oder Rippen. Genau so ist es. Schlangenmensch. Schlangenmensch kennt es nicht. In den Mund deiner Mutter? Sicher kenne ich Schlangenmensch. Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Was fällt dir ein? Was ist das für eine Frage? Warum baut er sich hier überhaupt ein, der Felix? Weißt du? Guck mal, ich bin dafür, dass ich ihn anzunehmen. Ey, der baut sich AFK an den Ressourcen ein. Kommt, wir sind anzunehmen. Ich bin hier von einem gepfistet, der nur spitze. Ja, 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 ja. Und dann kommt Torben und fickt ihn. Ja, richtig. Bisschen richtig hartgegeben, Torben. Ich brauche noch ein bisschen Eisen, dann kann ich mit dem Feuerzeug. Nein, lass mal bitte. Ey, wisst ihr, was ich gerade mache? Ich equip mich bei einem anderen Team. Voll die gute Idee, Alter. Da kommt nämlich schon Sivranov. Sivranov war bei Blau, der hat Eisenschwert und alles. Aber jetzt wird er sterben, weil er schwul ist. Sivranov. Ey, Gelbe sind bei Blau. Was machen die da? Ich verstehe die nicht so klar. Ja. Was machen die da? Was machst du jetzt? Aua. Tobi, töte den nicht direkt. Ich gehe eben zu ihrem Bett. Nein, mache ich natürlich nicht, weil du willst. Aua. Er hat mich getötet, obwohl ich ihm mehr Schläge verpasst habe. Hast du ein Schwert? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte eine Hand. Ach so, ja. Ist das okay. Oh, Tobi, du hast jetzt eine Hand, Gangster. Blo, bist du bei Grün? Überraschung. Komm mal, post mir mal DLP. Blo, bist du bei Grün? Weil du ein Opfer bist, ja? Ich krieg dich einfach weg. Ich glaub schon. Okay, gut. Weil Blau kannst du nicht sein. Ja, ich bin bei Grün. Ey, Tom, wie viele Schläge hast du ihm mitgegeben? Ähm, viele. Sivranov hat nichts mehr. Okay, ich gehe drauf. Da Sivranov. Nimm, nimm. Ich hab den Crit gegeben. Hä, du kannst gar nichts. Hä? Aua. Der frisst nicht mehr viel. Ja, hab ich auch das Gefühl. Der wird auch nicht regenerieren, wenn wir immer hier Pausen einlegen. Ja, aber Manuel Neuer ist da. Manuel Neuer hat dich gekillt, Alter. Er hat den Weg gehalten. Ich hab ihn noch in der Luft getötet. Was? In der Luft? Ja, in der Luft, als er runtergefallen ist. Ja, deswegen ja. Alter, Leute, der Boss kommt jetzt, Leute. Oh, ja, Sivranov kommt. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Sivranov, das ist ein Scherz deiner Mütter. Deiner Mütter. Deine Mütter. Nein! Sivranov ist... Sivranov ist gleich in der Mütter. Lol. Oh, Sivranov, da bist du tot. Das... Das macht die ganze Situation jetzt ein wenig langweiliger. Boah, war das bitter, ey. Erst noch mal Werbung machen. Erst noch mal Werbung machen. Ja, Sivranov, RageGrid and out. Felix, stopp, bitte Felix, Felix. Felix, gib mir einen Moment, danke. Bleib stehen. Torb, ich will dich runterbauen. Bleib stehen. Alter. Wie ist keiner mehr? Komm mir jetzt mit Stärke überfunden. Ja, der letzte ist, äh, bei Grün. Nein. Doch. Wir alle Goldäpfel und so fressen und Tränke trinken und ich hab nichts. Doch, Tor, du. Ich hab ja auch noch Stärke trank. Ich hab nur ein Goldschwert. Hau rein, Bro, ich hab gar nichts. Oh, guck mal, er hat wirklich geragequitted. In the final round turn. Ey, ich hab gar nichts. Du brauchst mich gar nicht so dumm angucken und abschießen. Loll, er hat einfach einen Bogen, aber keine Rüstung. Ja, ich komme. Ja, wo ist der? Und mit ganz viel Manuel Neuer. Vielleicht sind wir auch gar keine YouTuber, sondern Manuel Neuer. Aber gut. Alle drei, alle drei sind wir. Richtig. Manuel Neuer besteht nicht aus einer Person. Wenn ihr wissen wollt, wie Tobi klärt auf weitergeht, weil Tobi klärt nächstes Mal über Manuel Neuer auf, dann sind wir uns in der nächsten Runde wieder. Lasst einen positiven Wettbewerb, wenn ihr es haben wollt, dass Tobi aufklärt. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr Challenges haben wollt und ob Tobi aufklären soll. Und ja, dann sind wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein und... Tschüss. Tschüss. Tschüss.